Hallo meine Lieben! Heute gibt es ein neues Video für euch und zwar zieht wir heute Mel um, denn am Wochenende waren wir auf einem Flohmarkt und dort habe ich etwas von Mel gekauft. Nimm ich einen richtig süßen Body. Ich zeige euch den mal ganz kurz. Er ist so unglaublich süß und ist auch das einzige was ich gekauft habe, deswegen habe ich auch kein Haul gemacht. Ja, das ist so ein richtig schöner Body von H&M in so richtig schön rosa und weiß und lila und grün. Und er sieht in jeder Kamera richtig blass aus, aber er ist richtig kräftig. Also diese rosa ist richtig, richtig schön. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, den jetzt mal die Mel anzuziehen. Der hat hier oben auch nur so eine Schleife und hier am Rand so ganz kleine Rüschen. Also richtig, richtig schön. Der kommt von H&M in Größe 56. Ich hoffe, der passt. 56 ist eigentlich immer zu groß. Mel braucht Body sind 50. Ja, aber ich würde sagen, wir ziehen die Mel jetzt einmal um. Ich werde ein bisschen dabei labern, weil so ein Style & Talk einfach gewünscht wurde. Deswegen rede ich schön dabei mit euch. Ja, es wird ein sehr kurzes Umziehvideo, da es ja nur ein Body ist. Aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. So, hier ist die kleine Maus auch so. Es ist das erste Mal, dass ich auf unserem neuen Wickeltisch wickele, also hier in unserer neuen Ecke. Ähm, ja, mal schauen, wie das hier so ist. Ich große Ordnung sehe aus, dass ich total gut rausgucken kann. Ich finde das so toll. Aber mein Lieben, ich zeige euch das mal kurz. Ich habe halt direkt vor mir das Fenster und ich kann dann richtig schön rausschauen. Also ich finde das richtig toll, weil ich glaube, das werde ich jetzt immer beim Wickeln machen. Einfach rausschauen. Ist doch voll toll, oder? Aber so was ich jetzt doof finde, ich habe keinen Platz mehr, um euch irgendwie oberhalb hinzustellen. Aber ich glaube, so ist es auch okay, oder? Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, bitte? Ob die Kameraperspektive so okay ist. Ähm. Ja, die Mel wird noch diese Hose hier anbekommen. Gleich. Damit sie auf jeden Fall eine Hose anhat. Sonst hat sie ja keine Hose an. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Genug gelabert. Es geht los in der Prinzessin. Und da alle ihre Haare immer so schön finden, nehmen wir die Mütze mal ab. Könnt ihr alle mal ihre wunderschönen Haare betrachten. Ich finde, sie sieht mit den Haaren ein bisschen aus wie ein Junge, oder? Schauen wir mal. Aber sie hat auch rote Haare. Ist mir gar nicht aufgefallen. Sie hat rote Haare wie Felix. Auch schön. Du hast rote Haare wie der Papa, du! So. Hoppa. Oh, ich liebe kleine Babyfüße. Liebt ihr auch Babyfüße? Ich liebe Babyfüße. Ich liebe Babyfüße ganz, ganz toll. Jetzt recht Mel ist Babyfüße. Die sind so klein. Ganz kalt heute. Ganz kalt bist du, Mausi. So. Sagen wir mal. Und ich bin auch gerade am selber nähen wieder für die Mäuse. Ähm. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall, wenn ich etwas für die Mäli genäht habe. Ich habe mir jetzt extra Stoff für die Mäli gekauft. Schauen wir mal, ob ich wieder genug Zeit dafür habe. Ich muss erst mal meinen Hund wieder reinlassen. So. Kleine Mausi. Felix, nicht weinen. Hör auf. Du bist jetzt drinnen. Jetzt ist es gut. Ich wollte da unbedingt raus in den Garten. Dann geht er raus. Das ist heute immer noch. Ja, das ist voll. Mein Gott. Nee, Felix. Ist gut jetzt. Du brauchst nicht weinen. Es ist alles gut. So. Der Body ist so weich. Ich finde das unglaublich. Das ist so toll. So. Oh, ihre Wimpern gehen leider kaputt. Ich finde das... So. So. So, oder? Achso, mein Lieben. Übrigens möchte ich nochmal ein Video dazu machen. Wie es jetzt weiter geht hier auf diesem Kanal. Weil es mich irgendwie total aufregt, diese Kommentare immer zu deaktivieren. Ich finde das immer richtig scheiße. Und deswegen glaube ich, dass ich sie wieder anmache. Dazu kommt auf jeden Fall aber nochmal ein Video. Weil das möchte ich mir nochmal genau überlegen. Ja, aber ich finde das ist auch meine Entscheidung. Wenn ich möchte, okay, ich lasse sie doch an die Kommentare. Dann mache ich das. Ähm. Ja. Oh, der Body passt. Perfekt. Mausi. Supi. Supi. Oh, der Body. Oh, das ist so süß. Das ist soo süß. So. Ist es nunkelig. Oh. Oh, sie ist nunkelig. Oh, sie ist nunkelig. Sa минимум. Oh, ich bin müde. Oh, wie süß das ist. Das ist nicht süß. Oh, sie ist nunkelig. Ich glaube, ich lasse sie so und mache gleich mal ein paar Fotos für Instagram. Instagram. Wenn ihr uns noch nicht folgt, guck mal in die Infobox. Oh, meine Mause. Ja, ich glaube, wir machen gleich mal ein paar schöne Fotos. Und ein Thumbnail brauchen wir auch noch. Ne, Mausi. Ich achte gerade so ein bisschen auf ihre Hände und ihre Hände sind nicht gut gemalt, finde ich. Also doch schon, aber Farbüberreste, die sind ein bisschen doof. Dann können sie doch mal sauber machen, ihre Hände. So, duschen. Oh, jetzt wieder schön. Ha. Saubere Babys machen viel mehr Spaß, oder? Ich finde ihre Fingernägel sind so krass echt aus. Also ja, wenn man so rangeht, dann sehen sie nicht total echt aus, aber... Von weit weg sehen sie so ultra echt aus. Richtig krass. Also, dass das möglich ist, das ist so ein Wunder. So. Und dann wollte ich meine nette, tolle Rebornerin von der süßen Mail nochmal anschreiben. Ich weiß, sie schaut vielleicht zu. Wenn dann weiß sie Bescheid jetzt, dass ich ihr was schreiben werde. Nämlich habe ich einen neuen Wunsch von einem Bibi. Und ich finde die Arbeit von ihr, das heißt bei ähm... Bei Mel jetzt richtig, richtig gut. Und deswegen dachte ich mir, dass ich mir einen neuen Bausatz von ihr machen lasse. Weil ich einen neuen Wunsch habe und ich komme irgendwie nicht mehr von dem Wunsch weg. Und deswegen ähm... Ja, da frage ich sie mal, ob sie das machen würde für mich. Also, ob sie mir ein Baby bebohnt. Natürlich bezahle ich das, ne? Also nicht jetzt denken, dass ich irgendwie... eins geschenkt haben will oder so. So. Aber du bist richtig hübsch wieder. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall noch ein wichtiges Thema, was ich ansprechen... Äh, was ich machen wollte. Ich finde es so krass. Wisst ihr, wie man genau diese Haare macht? Also klar, man zeichnet sie mit einem Pinsel. Aber ich finde es... Bei ihr ist es so, dass das total 3D-mäßig aussieht, finde ich. Und deswegen... Jetzt frage ich mich gerade echt, wie man das so macht. Aber das sieht bei ihr echt krass aus. Ich kenne eigentlich so ein Painting, was eigentlich überhaupt nicht gut aussieht. Hier sieht sie übrigens sehr geschminkt aus. Ja, aber... Sieht bei ihr echt wirklich gut aus. Und ich finde, die Augenbrauen sind auch so krass. Die sind nämlich auch total 3D-mäßig. Also das... Ich muss unbedingt mal ein Detailvideo machen mit ihr. Das mache ich, glaube ich, mal im Sommer draußen irgendwie. Damit man das richtig gut sieht alles. So, jetzt bin ich jetzt mal wieder hübsch. Die Hände haben wir, die Füße müssen wir noch. Nein, da hast du ja immer Socken an. Also viel Staub kann da nicht hinkommen. So... So war sie. Times Square Schnörkelige kleine Prinzessin. Ja. Also ein Baby wird vielleicht noch einziehen. Ich weiß es auch noch nicht. Kommt komplett auf den Preis drauf an. Ähm... Ja. Ich weiß nicht... Aber ich möchte halt gerne ein neues Baby, weil... Das Baby hat mir wirklich... den Kopf verdreht. Leider ist es ein Baby, was jetzt wirklich jeder hat. Weil irgendwie ich sehe auf Instagram nur noch Leute, die das gerade auspacken. Und ja, es wird einfach gerade wieder so ein... Ja, so wie Trin B von Bonnie Brown oder Trin A. Es sind halt einfach diese bekannten Babys und die hat irgendwie jeder jetzt. Und das ist halt einfach doof. Weil das ist halt das, was ich noch nie wollte. Also ich will halt immer ein Baby, was kaum jemand hat. Und was halt limitiert ist und so ein Kram. Und das ist halt leider nicht. Das finde ich so schade. Ja, aber das Baby ist einfach so wunderschön. So Marzi. Wir machen jetzt Fotos mit dir. Ziehen dir aber Socken an, sonst bist du so nackig. So. Hopp. Ja, ich werde euch auf jeden Fall berichten, wenn es um ein neues Baby geht. Und dann hoffen wir, euch hat das Video gefallen, mal wieder. Und ich lasse die Kommentare für dieses Video aktiviert, damit ihr mir schreiben könnt, was ich euch alles gefragt habe. Ähm, ja und dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und bis bald! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020